Aus dem Auto! Polizei! Ich finde einen verdammt Ding! Alles, was wir brauchen, ist eine Konfession. Und wir können den Bum mit Mörder schlagen. Und dann wollen wir den Busbahnhof auch nochmal auschecken. Bevor dann wieder hier uns das Spiel am Ende in der Auswertung sagt, Nö, habt ihr was vergessen? Da hättet ihr noch was finden können, was es noch ein bisschen glaubhafter gemacht hätte. So steht der Fall auf Tönen und in Füßen. So, wo muss ich denn jetzt hier... Das ist jetzt nicht der Weg, den ich nehmen wollte. Und die Karre ist total grausam. Die Karre ist ätzend. Ein Graus ist dieses Auto. Vielleicht sollte ich nochmal irgendwie... Komm, ich wechsle nochmal. Kann ich auch dem Bullen das Auto wegnehmen? Oh, warte, 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 warte! Ah! Schön, gut! So, immerhin habe ich ihn aufgehalten. Das ist schon mal die Hauptsache. LAPD, Polisemergenz. Die Koppers sind nicht Gott, ihr wisst. Du hast mich angefahren! Polisemörderer! Oh ja, schon viel besser. Viel schneller, viel... Ja, lauf nach Hause, genau. Viel schneller, viel agiler, viel besser. Und der Kerl hat mich angefahren. Der hat es sowieso verdient, dass ich ihm das Auto wegnehme. Ja, dann kommen wir doch viel schneller zu unserem eigentlichen Ziel. War eine gute Idee, mich vor das Auto zu schmeißen. Vielleicht lässt die Versicherung auch noch was springen. Das wäre doch was. Okay. So, da können wir mal ein bisschen auf die Tube drücken. Warte, warte, warte. So, da kommen wir gut durch. Naja, erfahrungsgemäß sind Busbahnhöfe meistens ein bisschen außerhalb. Damit müssen wir jetzt leben. Wir könnten uns auf so einen Bus selber kapern. Aber muss er nicht sein. Ich bin eigentlich grad ganz zufrieden mit meinem KPO hier. Das ist doch recht fix auf den Rädern. Ich glaube, wir sind wirklich gleich aus der Stadt raus. Mich würde mal interessieren, wie die es hier geregelt haben. Oh, hier steht ja irgendwie alles gerade. Was denn jetzt? Hier, es geht weiter. Fahr, fahr. Oder gehen wir aus dem Weg. Dankeschön. Wenigstens macht er hier drüben Platz. Mich würde mal interessieren, wie die es hier geregelt haben mit den Stadtgrenzen. Ob es hier unsichtbare Rände gibt. Ob die Straßen einfach alle im Kreis führen und es keine Straßen da außen gibt. Ob es vielleicht Straßensperren gibt oder so. Naja, egal. Busbahnhof, 3.45 Uhr. Aber es ist doch alles AM und nicht PM. Oder haben wir einen so bewölkten Tag, dass es wie Nacht aussieht. Das wäre seltsam. Na gut, lass uns mal umschauen. Ich weiß gar nicht, was genau wir hier jetzt eigentlich suchen, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlicherweise irgendjemandem, der uns hier Auskunft erteilen kann. Lass mal ja reingehen. Am Schalter doch bestimmt, oder? Und danke, ma'am. Äh, ich sollte es hier irgendwo ausprobieren. Ja, sie müsste doch auch wissen, wo er jetzt zur Zeit gerade ungefähr ist, oder? Oh nein, muss ich jetzt die ganze Route abfahren? Ich hoffe nicht. Ach, du Scheiße. Wir müssen die Route abfahren. Oh nein, komm schon. Wirklich? Das ist der Bus, den wir suchen. Schau sie hinter ihr und geh sie zur Seite der Route. Nein, wir werden die ganze Sache nicht fahren, oder? Es wird nicht lange dauern. Wir haben einen Siren. Haben wir? Wir haben keinen Polizeiwagen, ne? Ich hoffe, das ist dir klar. Es sei denn, ihr habt ihn mir jetzt wieder vor die Tür gestellt. Nee, habt ihr nicht. Okay. Andererseits, ich kann auch ohne Sirene schnappern. Oh, hallo Officers. Darf ich mal Ihren Wagen... Okay. Darf ich doch nicht. Ah, okay, er wird mir direkt auf dem Radar angezeigt. Das ist sehr komfortabel, sehr freundlich. Finde ich gut. Ich hoffe mal, ich fahre jetzt auch in die richtige Richtung. Schauen wir mal. So, also der erste Bus, dem wir begegnen wahrscheinlich. Ich nehme mal an, Galloway wird uns auch Bescheid sagen. Weg da. Ich habe es eilig. Und keine Sirene. Das ist meine Sirene gerade. Klingt überzeugend. Gut. Jetzt ist es schön, dass wir auch nicht angehalten werden von anderen Polizisten, wenn wir hier einen Zivilwagen durch die Gegend kurven und dann Scheiße bauen. Finde ich gut, finde ich gut. Okay, hier links rum. Mal schauen. Ich hoffe, wir müssen jetzt wirklich nicht die ganze Strecke abfahren. Und das wäre schrecklich, wenn wir jetzt den ganzen Weg, die ganze Linie fahren müssten. Irgendwo könntet ihr den dann schon mal reinschmeißen im Bus. Oh, komm schon. Ja, aber ich habe mich gut drum rum geschlängelt. So, rechts rum. Auf krummen Faden schlängelt sich der Bus durch die Stadt. Okay. Bisher keinen Bus gesehen. Ah, davon. Okay. Davon ist er, ja. Ich habe keine Sirene. Also, ich weiß nicht, wie ich ihn jetzt... Okay. Ich weiß nicht, was genau er gerade tut. Aber er fährt nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal eine erstaunliche Erkenntnis. Hallo? Mr. Bus Driver? Schauen wir mal. Hier ist keiner... Ach, okay. Er stand schon draußen, na dann. Das ist korrekt. Und die Frau fuhr zuerst? Um ca. 2 Uhr? Ja, das ist richtig. Und die Sirene fuhr all den Weg nach unten. Kannst du uns, wo du die Frau fuhr? Auf der Kalifornienstraße. Ich will dir die Wahrheit. Sie sah ein bisschen verloren, wie sie fuhr auf den falschen Stopp oder so. Ich mag nicht, sie fuhr nach dem Hobo-Camp. Ah. Na sowas. Das war doch schon mal ein sympathischer Hinweis. Direkt beim Hobo-Camp und sie ist falsch ausgestiegen. Oh ja. Wir können keine von ihnen eliminieren. Aber der überlegte Mann sollte unser Startpunkt sein. Oh ja. Wir haben einen Anruf für ein Backup. Sie sind beide, hey Gott. Wir waren ja schon dort, also das ist ja mittlerweile dann schon geklärt. Dann auf zum Zentralrevier und dann wollen wir mal den Fall lösen. Also damit haben wir jetzt eigentlich nur erfahren, was wir vorher auch schon wussten, was den Matrosen angeht. Nämlich, dass der es nicht war, beziehungsweise was wir schon vermuten konnten. Und wir haben noch erfahren, sie ist wahrscheinlich, weil sie einfach besoffen war, weil sie herkedicht war, irrtümlicherweise an der falschen Haltestelle ausgestiegen. Und dummerweise eben beim Obdachlosenlage gelandet. Schlecht für sie. Oh, oh. Das war definitiv der falsche Tunnel, den ich genommen habe. Aber egal. Und das Revier ist auch gleich um die Ecke. Wunderschön, wunderschön. So, na dann. Zentralrevier 4.22 Uhr. Ran an die Lösung des Falls. Die letzten Befragungen. Wir müssen noch ein Motiv finden beim Hobo. Wohin genau jetzt eigentlich? Hier rein? Ich brauche einen Drink. Ackermann, du warst in den Marien. Wie wissen Sie das? Der Korps hat große Leute für Flamethrower-Duty. Das ist so, wie du die Befragungen bekommst. Die Lebenserwartung waren 5 Minuten für einen Mann im Flamethrower-Detail. Welcher Art der Regierung legt wie das auf einen Manns Schultern? Du bekommst keine Argumente von mir. Es war ein schwerer Lauf. Du fühlst mich für diesen schmerzen F***? Ja, das ist halt, wie es immer so ist mit Kriegsveteranen. Ich hatte das bei Mafia 2 schon mal festgestellt. Da hatten wir dasselbe Spielchen gehabt, dass die Weltkriegsveteranen so eine gewisse Solidarität zueinander empfunden haben. Ich glaube, das ist einfach so, wenn man den Krieg zusammen... Also, was heißt zusammen durchstanden hat. Aber wenn man in einem Krieg war und auf jemanden trifft, dem es genauso ging und der einen da verstehen kann und die Probleme, die man hat, nachvollziehen kann, dann solidarisiert das einen schon irgendwo. Übrigens, wenn wir ihm einen Zwei-Finger-Warte ankleben, würde er einen guten Hitler-Evitator abgeben. Nix, 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 alles okay. Warum hast du Frau Terreltson gebeten? Ich habe keine Erinnerung von den Menschen, die ich gebeten habe. Tja, die Frage aller Fragen, warum? Wir machen natürlich mal anzweifeln, weil das... naja... Er redet jetzt, glaube ich, von denen aus dem Krieg. Du weißt, Frauen, Ackermann? Hmm... mehr als du es mir gedacht hast. Wie viel weißt du, Frau Terreltson? Ich habe Angst, dass ich meine Seine in sie... Nachher... ich habe keinen Vorteil für sie. Alter, der Mann ist äußerst gestört. Ein Busfahrer hat Frau Terreltson nahe zu deinem Camp, um 2 Uhr. Warum hast du sie auf die Hälfte? Welche Hälfte? Ich habe viele Plätze. Ich gehe, wo ich bitte. Okay, dann müssen wir mal kurz schauen, ob wir irgendwelche Beweise haben. Äh, Todeszeitpunkt ist egal, glaube ich. Wäschereizettel, Stiefelabdrücke... Von hier... Warum eigentlich von den Reifenspuren zur Leiche? Wo hat der ein Auto her, der Kerl? Wir haben... Keine richtigen Beweise... Also nichts, was jetzt direkt auf den Ort deutet, oder? Ich meine, die Reifenspuren... Klar... Die führen halt zu dem... Äh... Zu dem Schauplatz hin, zu dem Motschauplatz. Aber das... Hm... Das ist ein bisschen bescheuert. Ich könnte wetten, die wollen, dass wir da haben, die Reifenspuren. Aber mir ist das irgendwie zu fadenscheinig. Darum gehe ich mal auf Anzweifeln. Okay. Okay. Okay, er hat doch nicht von Leuten aus dem Krieg gesprochen. Er scheint schon ein paar mehr auf dem Gewissen zu haben. Wo warst du um 2 Uhr letzte Nacht? Im Camp. Da hätte ich zum Beispiel mal die Aussage der Frau. Die Frau hat gesagt, dass er dort war. Aber ich habe keine Aussage von der Frau, oder? Also ich sehe zumindest gerade keine. Welcher Reizettel... Die Stiefelabdrücke waren... Wollen wir von den Reifenspuren... Ach nee, Reifenspuren waren auch noch... Am Tatort. Halt die Klappe. Ein Auftragsbuch war dann schon später. Nee. Wir haben die Aussage der Frau, die jetzt eigentlich notwendig wäre, um zu sagen... Na klar warst du, dort haben wir nicht mit dir bei den Beweisen. Das ist schade. Das ist blöd und schade, finde ich. Dann... Müssen wir wohl... Äh, nee, das wollte ich nicht. Ähm... Dann müssen wir wohl auf Anzweifeln gehen, weil wir keinen direkten Beweis haben. Hast du ein Alibi? Wie auch jemand, jemand aller genauer. Wer wird dann auf den Tag des Versagens. Fussch الله Ihren Versagens. Der Kapitelist-System braucht eine Menschenkundige. Dieマsinnung. Das blöde. Glocken. Stuart Ackermann... Ich schade dich von der Mördreise von Theresa Teraldson. Bäh! Das ist es. Ein Mann, auf seiner Glück, kann ich behaupten. Aber ein verdächtiger Roter, der außerhalb der Regeln der Gesellschaft leben kann, kann ich nicht aufzuhören. Vielleicht wird die poorere Tres von Tarrelson den Katalys, den wir brauchen. Ich habe mit dem Chief und dem Mayor gesprochen, und ich denke, es ist Zeit, dass wir einige Männer in den Gottlösen entfernen und sie auf den Weg über die Stadtlinie senden. Ein großartiger Tag, das wird sein, Leute. Und ein großartiges Result, das ihr mir gebracht habt. Ihr zwei werden schnell meine fineststen Krusader. Okay. Wir haben den Fall gelöst. Oh, mal alle Hinweise gefunden. Und 14 von 17 Fragen. Richtig, Mensch, ich glaube, das ist das beste Ergebnis, was ich bisher hatte. Die Tarrelsons könnten Gerechtigkeit erfahren, wenn Stuart Ackerman für verhandlungsfähig erklärt wird. Hätte ich das schaffen können? Ich weiß es nicht, ob das jetzt ein Verbesserungshinweis noch ist, dass noch mehr möglich gewesen wäre. Oder ob das einfach nur halt eine Notiz ist, damit was dasteht. Weiß ich nicht. Einiges an Fahrzeugschaden habe ich erzeugt. Naja, gut, von mir aus passiert. Naja, lief doch gar nicht so schlecht. Mensch, das war ja mal richtig erfolgreich hier. So langsam klappt es doch ein bisschen besser. Schön, freut mich. Schön, freut mich. When you say that you were only fooling. Don't walk away. Don't do me wrong. Don't leave me singing. This torched song. When I'm burning. Der Mord der Sekretärin. Of course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hucked a rose gold wedding ring, a matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on this face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside the railroad line. A 40-year-old white woman. Right, Skipper. Okay, das klingt ja, als ob wir jetzt gleich an zwei Sachen gleichzeitig dran wären. Klingt aber auch danach, als ob wir jetzt explizit an den Black Dahlia-Fall rangehen und nicht mehr nur von Fall zu Fall uns das anschauen. Na gut. Okay, an der Stelle werde ich aber mal die Aufnahme beenden. Also Mensch, diesmal lief das ja richtig gut. Die zwei Fälle, die ich jetzt in der Aufnahme gemacht habe, die waren in Ordnung. Die liefen ganz gut. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann den Black Dahlia-Fall noch ein bisschen genauer anschauen. Große Überraschung bei den Fällen. Am Anfang war wohl doch der Black Dahlia-Killer dahinter. Und die Schuldigen, die wir festgesetzt haben, waren es nicht. Mensch, wer hätte das gedacht? Okay, also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal sehen. Ich weiß nicht, wie viele Fälle es insgesamt noch gibt. Da müsste ich mich mal schlau machen, um da mal rauszufinden, wie lang das Spiel denn noch geht. Hey, Duda. Du hast ein schönes Auto. Darf ich mir das mal ausleihen? Unbedingt. Mein eigenes Auto ist gerade so weit weg, weißt du? Okay. Äh, nee, ich will jetzt gar nicht irgendwo hin. Jetzt als Ort an irgendeinem bestimmten. Sondern ich wollte eigentlich bloß so zum Spaß ein bisschen rumfahren. Komm, steig ein. Steig ein, Galloway. Steig ein. Steig ein. Steig ein. Na? Steig ein. Na? Steig ein. Na? Komm schon. Jetzt will er nicht mehr. Ich glaube, ich hätte auch keinen Bock mehr auf die Spielchen. So, aber na gut, egal. Ich wollte sowieso gerade Schluss machen. Ich hätte bloß irgendwie gerade Bock ein bisschen rumzuspielen. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wie gesagt. Und mal schauen. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, wie lang das Spiel jetzt noch geht. Aber ein bisschen zuspitzen muss es sich ja schon noch, bevor wir dann aufs Finale zusteuern, denke ich mal. Auch die Geschichte um Cole, was die Vergangenheit angeht. Was den Krieg angeht. Und ich glaube, da passiert noch ein bisschen mehr. Bisher haben wir da noch nicht so viel gesehen. Ich finde übrigens auch sehr komisch, immer diese kleinen Abschnitte, wenn er in den Jazzclub geht. Es kommt mir bald so vor, als ob er auf diesen Sängerin stehen würde. Aber er hat doch eine Miss Phelps. Mrs. Phelps meine ich natürlich. Oder? Also eigentlich nicht, dass er hier so ein kleiner Drecksack ist, der hier sich andere Frauen anschaut, wenn er hier schon verheiratet ist. Also ich meine, anschauen ist ja die eine Sache, aber dann wirklich verlangen haben und so eine andere, ne? Na gut. Okay. Also wie gesagt, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Wir sehen uns. Und tschüss. Ne war? Rusty? Ciao. Ne.